Wir sind hier an der Kreuzung. Taxi, Taxi, Taxi und Paxi. An der Kreuzung? Das Innenleben von Nochhausen an der Kreuzung. Kennst du eine richtig geile Kreuzung? Mhm. Bulldogger? Und ein Shih Tzu, was heißt denn dann? Bullshit. Was ist denn da? Meine Entschuldigung, wir waren hier vorne. Nein. Ich hab mich jetzt anpacken. Alter, ich bin hier in der Welt. Ich hab mich jetzt anpacken. Ich hab mich jetzt anpacken. Ich hab mich jetzt anpacken. Wuuu. Ich hab da ein bisschen einschlafen hier. Ja. Wir haben auch nicht gerade wenig Ruhe. Das ist ja jetzt auch so. Damit ihr seht. Mhm. Wuuu. Ja. Das ist so schön. Kein Verluste jetzt morgen. Sie hat ja auf der Boden geputzt. Damit es wirklich schön sauer ist. Verstehst du? Weil gut geputzt ist halt perfekt. Musst du ja immer merken. Ja. Das ist ja auch so. Wo sind die Flutchen? Die Süchtigen hier keiner mehr raus. Ja. Na, das ist ja schonmal eben klein muss. Wir sehen sie rechts, wir sehen sie gleich rechts. Hier gibt es mal nach Kähnungen, ach Kähnungen! Ja, dann haben wir noch Zeit. Ja, das sind noch Zeit. Warst du mit bei Ihren Abschied unten in Nordhausen? Ja, ja. Ja? Ja. In dem Wings, in dem Kleinein. Ja! Novo, was früher diesmal. Ja. Das muss ich meinen, dieses Lichter halt. Alter, was ist denn das von Assi, Alter? Dieses Gitarre. Hm. Na, guckst du's. Nein, das ist wie ein Spruch, Maria. Doch, was ist denn, ich seh, im Moment ist es wieder heißer. Muss immer werden. Weißglaß. Aber ich sehe es einfach gleich schön und was. Da ist die Flieger. Da ist die Flieger. Da ist die Flieger. Da ist die Flieger. Mein Gott. Ja, das kann man wirklich holen. Das ist der Flieger. Scheiße! Scheiße, es kommt! Scheiße, es kommt! Jetzt auch nicht! So Leute, wenn ihr jetzt mal echt ein Ferrari am Parkmuster leben wollt, haut gut hin! Genau! Machen wir Däubi! Es ist nur nicht ruhig, der ist auf dem Fahrrad! Oh, ein Fahrrad!